Let's play Battlefield 3 Raute 1.1 Mit mir Koro und dem geilen Matt Damon Matt Damon Unwritten Ja, ich bin's, hallo hallo Ja, es ist nicht Matt Damon Der Mann mit dem unglaublichen YouTube-Channel, der keine Videos mehr hochlädt FAQ Ja, dazu nehm ich keine Stellung, denn bald kommt der Black Ops raus, juhuuu Awww 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 Läufst dann da auch mit FAQ-Clantec rum? Klar Einfach weil's COD ist Weil's COD ist, ja Um die Leute einfach so richtig hart zu provozieren Mhm, da ist übrigens schon einer hinter uns Ja Der hat alles noch Der hat dich auch kassiert Der hat alle kassiert Aber, hier wird schnell sich gerätzt Ja, und da kam glaub ich einer wieder von der anderen Seite an Jep So macht das Spaß Metro 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 Wir erzählen auch keinem, dass wir gestern auf einem 3500 Slot Metro Server waren Äh, Tickets Ja Slot Slot, das wär schön Und dann mit 15.000 Tickets Und dann Base Rail Also hier kommen gerade die Leute auch nur die ganze Treppe runtergerollt Ich könnte ja mal die Schmaug gleich auspacken Ich hab dich, Bruder Ja Also ich bin fast, äh, bis oben hingekommen Aber es... Spricht da auch nichts Ja, ich geh mal Smoke Äh, nehm mal Explosive Und Smoke Machen wir, äh, ich spinne mal an den Treppen Machen wir hier jetzt hier Teamplay Ja, wir machen jetzt Teamplay Okay Da ist ja Betafield für bekannt, dass gerade auf Metro Teamplay einen nach vorne bringt Und Granaten Genau, richtig Und Granaten Und Fluptube Und Fluptube Ja So wie gestern Ich spiel mal ne M320 Kills, kills Genau, auf einmal macht er so Puff So, ich werde mal hier oben alles zuschmaugen Aha Und nicht vergessen, Granate ist nicht so Wuh, ich bin tot Ja, zwei gekillt, selber tot Das ist ne gute, gute Rate Die stehen da auch mit drei, vier Leuten Ähm, ja, wo sollen wir denn her? Hintere Treppen oder vordere Treppen? Ähm... Die hinteren, da kommt man leichter hoch, wenn man gesmoggt hat Hier links ist einer Oh, die sind schon im, äh, in nem kleinen Gang War nur einer Im kleinen Raum, ja Kommen hintere Treppen hoch, bin low Hast du nen Mad Kid? Ja Hier ist dein Böses Kind Ja Vordere Treppen sieht glaub ich auch schlecht aus Da verreckt nämlich grad nur jeder Ja, warum machen die das? Weil das... Wisst ihr das nicht? Weil das... Wisst ihr das nicht? Wo ist hier los? Möchten wir aufklären, warum ich dieses Let's Play 1.1 genannt habe? Möchtest du mich durch den Kakao ziehen? Soll ich dich durch den Kakao ziehen? Soll ich sagen, dass du nach 20 Minuten, äh, Gelava vergessen hast, den, äh, In-Game Sound mit aufzunehmen? Ach Quatsch! Tadam! Ich doch nicht! Ja, deswegen 1.1 So, jetzt ist es raus! Scheiße, ey! Wuh! Wieder tot! Mad Kid, bitte! Ah, wir sind wunderfalls am High Five, Bruder! High Five! High Five! Ja, ja, ich will Leute töten! Oh! Ohne... Ohne Zoom! Ah! Wie ein CS hier! Ist ja... Ist ja... Ist ja auch nicht so, als würden wir gerade, äh, C verlieren! Ach! Oh, da sind aber mehr als zwei! Ja, deswegen bleibt doch erstmal noch hier! Ich habe auch keine Muni mehr! Außerdem kill ich ja! Lass mich einfach liegen! Ich habe keine Muni! Ja, ich sterbe auch! Ja, oder... Ja, oder... Ja, also... On purpose! Scheiße, was machen wir jetzt? C-Spawn geben! Wir wollten... Wir wollten Teamplay machen! Haben wir! Gut! Ich wollte Teamplay machen mit High Five! Ja! Tot bin ich! Also, linke Röhre kommen sie am Zug entlang! Zwei! Drei! Einer im Zug! Inzucht? Inzucht! Einer Inzucht! Ah, du bist da! Ja, da gehe ich mit! Oh, ich sehe schon, es wird wieder eine grandiose Runde! Oh! Nate! Oh, da ist einer! Ohne Maf! Aber ich habe die Maf... Nein! Ist das so bitter, wenn man nicht mal die Maf kriegt, weil irgendeiner die abstaubt! Abschraubt! Abschraubt! Abstaubt! Die kommen jetzt gleich von unten! Ja, und Achtung! Hinten! Uh! Triple kill! Uh! Triple kill! Von unten kommen welche? Welches unten? Äh, hier da wo der Bombspot ist! Bombspot? Da wo diese ganzen, äh, diese komischen Pappwände überall sind! Ah! Genau da! Also ja, also genau! Also nicht da, sondern hier! Incoming! Ach scheiße! Ich darf keine Granate werfen! Nein! Nein! Ich komm in die Hölle! Medkit! 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 Teamplay! Teamplay! Scheiße auf Teamplay! Da liegt doch eins! Da lag eins! Und da kam schon einer von der Rolltreppe hoch! Haaste! Kanate! Ich hab noch elf Schuss! Das reicht für elf Kills! Ja! Von hinten! Au! Ja, so macht Metro Spaß! Ja, ich... ...retze dich mal nicht! Du kannst doch bei mir spawnen! Nein! Wir bräuchten mal nen Ammo-Perk, glaube ich! Hier hinten ist ein Supporter! Hier in unserem Squad ist doch einer! Ja, schön! Trotzdem gibt's doch ja keine Ammo! Weil so machen Supporter das! Äh, ich bräuchte nur die O-Milfe! Supporter die Ammo droppen! Pfff! Granate! Weil ich's kann! Ich bin schon down! Oh, da kommen zwei! Ich bin schon down! Und los geht das fröhliche Reviven! Ich lebe! Boah, sind da viele! Und überall viele! Von hinten kommen welche? Also von unten! Halte durch, Matt! Oh! Ja! Ja! Ich glaub ich... Ich bin dafür, wir suchen uns eine Stelle, wo keine Gegner sind und rennen einfach durch! Ja! Bis nach A! Das klappt immer super! Ja! Dafür ist auch Metro bekannt, dass es viele Wege bietet zum Flakieren! Und Glitschen! Und Glitschen! Oh, glorreich! Hoffen hier gegen eine Welle von Gegnern an! Kills! Ich will Kills! 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 Ich hab Pills! Kills! Kills? Oh man! Vielleicht sollte ich auch mal aimen! Ja! Das sind in nem Ego-Shooter... Ist das gar nicht mal so... Nicht mal so schlecht, ne? Ey, lass mal irgendwas machen! Ich will die nicht vernascht werden! Ja, was machen Sachen? Was machen Sachen? Ja, dann... Hier, du hast auch Smoke dabei! Ich hab Smoke dabei, genau! Ja, dann lass doch mal links smoken und einfach Eier und... Eier und durch! Ja, links sind immer noch am meisten, ne? Ja! Eier! Eier, ganz links am Zug vorbei oder was? Das könnte vielleicht sogar klappen! Das habe ich in meinen Taktikjahren gelernt! Bei der Navy! Bei der Navy! Du Navy Seal! How to Metro! Geh weg da! Geh weg da! Geh weg da! Geh weg da! Mann! Ich laufe in ein rotes Licht! Was macht es, es tötet mich! Ach! Also ich hab einen... irgendwie umgebracht und dann bin ich... gestorben! Aber es war gar nicht mal so schlecht! Also wenn wir das noch dreidig mal probieren, dann haben wir es vielleicht geschafft! Ja! Ich mag auch unsere Mates hier einfach mitten im Getümmel stehen! Und du spawnst bei ihnen! Ich hab keinen Bock gehabt zu laufen! Oh, da unten! Oh, da liegt einer! Direkt unten an der Kupplung! Ich muss meine Schmaug nachladen! Schmaug! Ah, da machst du nix! 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 Der liegt da und aimt genau auf die Stelle! Ah! Tut mir leid, da kam einer mit was Spaß! Spaß! Aber hab ich nicht viel zu lachen! War das jetzt ein Wortspiel? Ah, stimmt! Ah! Boah! Bist du mich da nicht drauf aufmerksam gemacht, dann wären wir diese... diese Seablüte entgangen! Das ist Disaster! Fucking Disaster, man! Au! Au! So viel zum Rätseln! Uh, wie die alle kippen! Punkte! Ich weiß jetzt, ob das mit 33% so Sinn macht hier ein Go zu wagen! Go doch mal! Go doch mal! Go doch mal! Ja, wir sehen jetzt auch hier sehr gut die komplette Bandbreite von Battlefield 3! Haben Fahrzeuge! Klasse, Clusterfuck! Genau! Ich werd jetzt Snipern! Und, ach komm! Doch! Oh! Doch! Oh! Das Spiel ist wirklich so hochwertigend! Direkt mal daneben geschossen! Scheiße! Ja! Oh Mann! Oh Mann! Von so nem Muppet Bobby! Ja! Oh! Ich wurde revived! Stark! Freust du dich nicht? Nee! Muss ich wohl weiter Snipern! Ja! Bam! Ich bin tot! Links ist nicht mehr so gut, von daher werde ich jetzt einfach mal die Mitte probieren! Oh! Ha! Tot! Und, was? Wir von selben Typen! Hm! 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 So bam wie bam? Ja, Headshot. Ja, Headshot. Aber ich glaube, ich verteile jetzt mal ein paar Headshots mit der PKP und werde wieder gebannt. Ja, was viele nicht wissen, der an Ritten ist ein Hacker. Der ist immer so im Rausch drin und dann auf einmal, zipp, wird man von einem Stammserver gebannt. Hey Mr. Taliban, mach doch mal Platz hier. Mach doch mal den Hack aus. Boah, einmal die PKP equipt und schon fallen die Gegner hier wie sonst was. Ich hasse Züge. Elektrains. Haben wir eigentlich noch eine Runde Metro? Nee. Das wäre ganz schön, oder? War das die schöne Zeit? Ach stimmt, schade. Ach, Bambo FPS. Killen anderen. Wie? 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 Mann! Hitboxen! BF3! Ah, rickst du dich auch schon drüber auf? Fuck shit! Fuck shit! Cunt! Bullshit! Cunt! PKP! Okay. So, Ausrüsten ist alles richtig, 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 ja. Oh, ich konnte ein bisschen aufräumen. Echt? Ja. Das hat dann den gegnerischen Vorstoß für eine Millisekunde aufgehalten. Ja. Ja. Ja, es sind auch noch 270 Tickets, geballte Action. Aber ich glaube, das ist zum Zugucken, macht das auch richtig Spaß. Du sollst das sofort hochladen. Ja. Ja, aber ich muss dazu sagen, ja, direkt am Anfang habe ich Only gegeben. Ja. Das gucke ich mir dann an. Ja, wer ist Erster? Hm? Wer ist Erster? Wer ist Erster? Bald nicht mehr der Koro. Boah! 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 Sneak Attack! Ah, Granate! Bist du auch PKP? Ja. Sehr gut. Warte, ich spawne. Und rein da. Guck mal, wie wir hier durchmähen. Ist so. Ich bin mein eigener Panzer. Ja. Wer braucht denn auch irgendwie so eine Minigun, wenn man doch die PKP hat? Ja, hat sich direkt gelohnt. Die pushen doch nicht. Ist so, ne? Denken sich auch so unnötig. Nee, warum auch? Oh, ein Sniper, wie süß. Ich bin tot. Der Kampfkreppel, der hat's mir gegeben. Äh. Wir sind nicht lame. Was ist lame? Wir spielen hier Metro. Ja. Immerhin ohne Explosives, also so gut wie's geht. Ich seh schon, hier die Runde wird auch richtig gut für die Accuracy werden. Wir werden nicht in ungeahnte Tiefen fallen. Ja. Da wurde ich wohl aus unbekannten Gründen gebannt. Die Gründe waren dir sehr wohl bekannt. Nein. Du hast eine Granate geschmissen. Nein. Du darfst keine Granate schmeißen. Nein. Beziehungsweise mit der Granate einen töten. Leuchte jetzt ruhig weiter. Fag. Fag. Rette mich. Räche mich. Avenge me. Iron Man. WTF? 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 Hackst du wieder? Ich hack wieder. Ich hab wieder Makros an. Auf der Tastatur. Oh, der endet mich den Sniper ab. Uncool. Der hackt. Schreib seinen Namen, Leerzeichen, WTF. Das macht man heutzutage so. Ich schieß auf Leichen. Ich alter, Leichen. Das ist ein Gender. Ey. Wer hittet mich hier denn? Ah. NewNeil 97. Wer heißt NewNeil? Rang 39. Gibt's hier keinen mehr mit dem anständigen Prestige, der einen umbringen kann? Nein. Das ist meine Lieblingsantwort. Ich hab das in Rage. Nein. Ich hab nur Nein, ne? Nein. Gut, ich kill den. Hier ein Sniper. Wir werden umgesnipet. Hey, wir haben alle Flaggen. Cool. Ja. Schön. Baserape. Baserape. Ich glaube hier über den Eingängen ist da ein Sniper. Ich weiß nicht warum du bist. Ach da. Ich weiß nicht warum du bist. Oh, da ist einer. Er ist tot. Grauer Soldat. Was? Was? Ich wär auch gern grau. Graue Haare bei Männern sind sexy. Hab ich mir sagen lassen. Hast du dir sagen lassen, ne? Also hast du dir von Leuten, die davon Ahnung haben, sagen lassen, ne? Ja. Leute munkeln gerne. Und munkelt man munkelt. Ich seh ein Heli. Schnapp ihn dir. Oh. 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 Oh, der war auch nicht schwer. Was da los? Ja, Heli mit RPG. Cool. Cool. Ey, ich mach hier, mach ich hier Spießroutenlauf oder was? Ich bin schon alle Seiten beschossen und hüff halt immer in der Gegend rum. Ich tänzle wieder. Tanzt du? Wirst dann gleich wieder gekickt. Oder Exfehler. Ich hab hier den Echsefehler gegen. Excessive Dancing. Ja. Ja. Dance Skills. Mal ne Get a Recon Grenade werfen. Do that. Möchtest du mal deinen Zuschauern erklären, was da ne Get a Recon Grenade ist? Ähm, das ist... Eine Respekt Challenge der Bronx. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Du weißt es nicht? Hab ich dir das nicht mehr erklärt? So gut hörst du mir zu. Du musst das jetzt hier nicht auf eine Beziehungsebene abwälzen. Ich hab den Kill für dich da mal gemacht, ja. RPG ins Gesicht. Dankeschön, ja. Warum sind wir eigentlich hier? Weiß ich nicht. Was eine Get a Recon Grenade ist, wenn man eine Granate in ein Haus wirft oder in einen Raum, dann hört man von drinnen, watch out Grenade. Dann weiß man, dass da Leute drin sind. So eine Get a Recon Grenade. Guck, hab ich dir wieder was beigebracht, oder? Geil. Geil. Weißt du noch, was eine Respekt Challenge ist? Hat das irgendwas mit dem Penis ins Gesicht zu tun? Ne, mit Respekt. Achso, okay. Ich dachte es für uns wäre was mit dem Penis. Wir reden doch hier nicht über Penis, wir haben Minderjährige. Minderjährige? Als Follower. Als Follower, als Listener. Aber ich denk die Jugend von heute, die kommt da ja relativ früh mit in Berührung, ne? Mit Penissen? Ja. Ich bin grad voll nicht gefocust hier mit dem ganzen Trash Talk. Achso. Ich dachte wir machen das immer so. Ja. Endlich mal hier von einem Prestige 51er gekillt. Das ist vernünftig. Das ist logisch hier. Ja. Ich renne dann mal. Renn mal! Ich versuch mal mit dem Mate hier eh anzunehmen. Ja, Unbritten. Wie ist das wenn man weiß, dass man bald COD-Spieler ist? Ich bin ja eh schon COD-Spieler gewesen. Ich freue mich darauf wieder COD-Spieler zu werden. Wie ist das so, wenn man sein Leben einfach wegwirft? Was ist denn mit Wegwerfen zu tun? COD? Hallo? Ja, ich bekomme bestimmt gute Unterhaltung für mein mindestens ein Jahr geboten. Ja. Natürlich nur wenn ich mir noch den Season Pass für 50 Euro hole. Nochmal! Zu dem Spiel, was ich mir gerade gekauft habe. Mhm. Ja. Ich freue mich auf alles, was COD so zu bieten hat. Aber dann muss ich alleine BF3 spielen. Oder du kaufst dir auch COD. Juhu! Oder ich werde gekillt beim Spawnen hinter dir. Ja. Aber wir werden gerätzt hier von unserem, von unserem Mate. Natürlich. Oh. Aber ihr krebst noch draußen an, da rum. Ja. Ich bin schon wieder tot. Ja, aber wir werden doch gerätzt von unserem Mate. Nein. Warum nicht? Weil, these motherfuckers are mine. These motherfuckers are mine, bitch. Wo ist denn unser Tank? Der gammelt da auf C, ne? Komm, ich helfe uns umheben. Toll. Ganz toll. Großes Kino. Das hättest du dir vielleicht zweimal überlegen sollen. Das gibt einen Bahnhofs-Applaus. Ich sehe halt nur im Bildschirm wie in dem Moment, wo du sagst, Komm, ich helfe, er in Flammen aufgeht. Oh. Geh mal, it's somewhere safe. Somewhere over the rainbow. Wow. Jetzt sind wir hier wieder ungefähr in so einer gleichen Situation wie Metro. Nur halt, dass wir diesmal die Attacker sind. Ich renne mal heldenhaft links raus. Hey, tot. Ich sollte mir unseren Heli schnappen und Behind-Enemy-Lines droppen. Tu das. Du kannst doch fliegen. Ich bin immer auf einem anderen, doch auch hier auf dem Server ein bisschen geflogen. Ich hab glaub ich in 10 Minuten zwei Kills gemacht. Wow. Ich war richtig stolz auf mich. Und das geht mir gut um я gegen mich zu besuch, ich würde hier hin. Du hast jetzt mal ganz Jennings. Wenn duится mega höchstetig ist, dann hier bin ich ganz und weiß,